Soll ihm sein Kind mal eins in die Fresse kriegen und Arn ohne Betäubung gezogen von Mobbern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir kommen zurück. Bei einem Spiel, das von einem Vergewaltigungsopfer, deren Kampfsystem von einem Vergewaltigungsopfer programmiert wurde. Ein Müll, ey. Perfektes Kampfsystem, Head & Time. Da kannst du knackige Gameplays reinbringen, weil die es einfach können. Drückst einen Knopf und dann macht der Charakter genau das, was du machen sollst. Und nicht so eine kernbehinderte Scheiße mit, ach ja, aber mit dem Knopf bewegt sie sich eher. Ob man da wirklich ausweichen kann, das macht man später. Hauptsache die Beine sind funktional und man sieht Arsch. Und der Maul. Ich glaube das nicht. Ich auch nicht, dass der Entwickler überhaupt geheiratet ist. Das ist der Alpha Netheba. Du kannst das an seinem Kern erkennen. Ein Alpha Kern. Wenn sie nur... Eve. Hm? Ah, es gibt etwas, das du wissen musst. Der Entwickler ist ein Schwein, ist mir schon klar. Die Wahrheit ist... Hallo? Hier drin! Kann mich irgendjemand retten? Höre ich da einen Menschen? In der Kapsel. Nein, das ist die Frau vom Entwickler. Bitte hilf mir! Er hat sich selbst eingeschissen. Was zum... Eine Überlebende vom Landetrupp? Hast du etwa das Notsignal gesendet? Hä? Ja! Ja, das war ich! Du bist doch Mitglied des siebten Landetrupps, richtig? Ja. Und du? Ach ja. Wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin Mitglied des fünften Landetrupps. Eine Ingenieurin. Lilly Atem ist die zweite. Aber... Nennt mich einfach Lilly. Wie gesagt, Optik... Kanner. Musik ist auch super. Aber Kampfsysteme sackt voll rein. Vor allem bei Bossen. Also beginnen wir nochmal von vorn. Du willst mir sagen, dass du fast zwei Jahre in diesem Versteck auf einen Landetrupp gewartet hast? Und dann kamen wir. Ja! Euch habe ich mein Leben zu verdanken. Für zwei Jahre... Rumsitzen? Ich habe eine Ewigkeit auf einen Landetrupp gewartet. Es war wirklich einsam hier. Man kann von Glück sprechen, dass wir dich dort überhaupt gefunden haben. Eve, du bist doch Teil der Streitkräfte, nicht wahr? Ja. Ich könnte deine neue Ingenieurin sein. Aber... Dazu bräuchte ich zuerst das passende Werkzeug. Passendes Werkzeug? Hm. Also... Ich wollte vorhin schon etwas erwähnen. Was denn? Er will einen Dreier. Sag ich's. Es gibt eine Stadt, in der andere Überlebende, also außer mir, leben. Was? Wirklich? Sie heißt Zion. Der Menschheit letzte Zuflucht. Dort könnte es Menschen geben, die uns helfen können. Ich habe dort auch einen Unterschlupf voller nützlicher Werkzeuge. Was stehen dir da noch so blöd rum, Leute? Aber vorher will ich euch um etwas bitten. Zur Zeit hält Zion unter der Leitung von Orkel stand. Unser spiritueller Anführer. Es ist kompliziert. Eve, ich weiß, dass der Verlust deiner Kameraden deinen Auftrag nicht gerade leichter macht. Aber bitte... Hilf mir, Zion zu retten. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass Orkel und ich alles tun werden, um dir zu helfen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und einander helfen, wie wir es schon getan haben. Was denkst du? Ja. Nur durch Teamwork war es mir möglich, den Alpha-Kern zu bekommen. Vielleicht kommen wir in der Stadt an noch mehr Informationen heran, Eve. Was denkst du? Ich denke, dass der Entwickler einen auf den Sack verdient hat. Ja, es gibt wohl keinen Grund, das so nein zu sagen. Aber trotzdem. Ich möchte das erst entscheiden, nachdem ich mehr über diese Person erfahren habe. Die trockenen Kotboxen in die Pfotze seiner Frau. Daran sehe ich kein Problem. Okay. Also, für mich geht das klar. Und dann zugenäht. Alles klar. Dann ist dieser Frau geflossen. Also gut. Auf geht's nach Zion. Wenn die wirklich für das Kampf zu sein verantwortlich sind. Oh, das sagt ja mein Controller. Ja, das ist voll. Super. Es ist seltsam, einen Entwickler an so einem Spiel zu sehen. Es ist seltsam, einen Entwickler an so einem Spiel zu sehen. Wir haben mal mehr als 100.000 Menschen gelebt. Wer von Steuerung nichts versteht. Ich wette mit dir, der hätte auch noch Ping-Pong. Ping-Pong hätte er wahrscheinlich auch noch versaut. Gut nach oben. Fünf Sekunden später. Ich werde gleich holprig werden. Gut festhalten. Das bedeutet, wenn der Ball nach rechts fällt, musst du schon wissen, wo der links auftauchen wird. Damit du dann den Stab bewegen kannst. Wette. So ein Fischkopf, ey. Wow. Eine ganze Stadt unter dem Ödland. Das ist der Wahnsinn. Auch in den dunkelsten Zeiten ist Verlass auf den menschlichen Überlebensinstinkt. Shift-Up. Also, wo geht's nicht? Shit-Up, ja. Brauchst du nie eine Pause? Typisch Eith. Orker ist im Audienzzimmer. Mir nach. Sie haben die Stadt wohl tief und hoch gebaut. Da ist mein Vorbesteller Boni. Da ist er. Da ist er. Holy shit. Alter. Was ein Arsch. Das ist... Das ist so toll. Jetzt ist abgeschlossen. Habe ich die Befürchtung. Angriffskraft Zusätzliche Beta-Energie-Aufladung Beta-Fähigkeit Angriffskraft Kritische Trefferrate Nahkampfschadenverringerung Maximales Schild Schaden gegen Schild Schadensverringerung Schwierig zu entscheiden Schild wäre natürlich geil Aber Beta-Angriffskraft Ist auch nicht schlecht Oh, Tsui-Mui Da laufen wir gerne mal eine Runde langsam Warum habt ihr so komische Pferde-Füße Die hat keine Fersen Die läuft nur Die läuft nur auf den Zehenspitzen Da hätte ich ehren, als wenn es Hufe wären Oh, Mai Sind die Mauern um die Stadt dazu da Sie vor Nativa-Angriffen zu schützen Sie scheinen aber nicht besonders gut Verstärkt zu sein Alter, es ist ein Canyon Tutorial hinter uns gebracht Sei so Sadisten Warum ziehe ich immer nur die Sadisten an? Ja gut Justin ist genauso Dass er sich das entgehen lässt Das ist schon echt ein Wunder Wow, wo bin ich hier? Wie die Kolonie reagieren würde Wenn sie hiervon wüsste? Ein Müll, ey Wahrscheinlich gibt es ein Protokoll Um alle zu retten Eine Mammutaufgabe Aber ich kann erst Kontakt mit ihnen aufnehmen Wenn ich die Mission beende Ich hoffe, das ist bald Adam, wieso ist es hier wie ausgestorben? Verstecken sich alle etwa wegen uns? Es gibt ein Problem hier Was soll das heißen? Erfragt ihr gleich im Audienzzimmer Na dann Woher die auch immer Kerzen haben? Oh Mann, was ein Müll, ey Alter, die Bosse sind asozial Los, wir sind fast da Los, wir sind fast da Erstmal alle Vorräte auffrischen Erstmal alle Vorräte auffrischen Alter, ist das ein Zuko-Bus oder was? Machst du auf? Los Orkel wartet auf dich Man sieht sich, Rayl Viel Glück What the fuck Wenn die Bosskämpfe wenigstens Spaß machen würden Aber schwere Bosskämpfe, die Spaß aufbauen, das ist eher Eher was für Dark Souls Das können sie tatsächlich besser Wow, was für ein Ort Hier bewahrt ihr die Erinnerungen auf, oder? Sehr gut erkannt Das stimmt Im Audienzzimmer werden Erinnerungen aufbewahrt Und zwar die Erinnerungen, die es nicht zu Mother's 4 geschafft haben Es ist soweit Wie ich sehe, haben wir Gäste Willkommen Hallo, grauer Star Hat er wahrscheinlich der Designer von den Bosskämpfen mit dem Fight-System Das ist Sions Prophet, Orkel Ich bin Landetrupp-Mitglied Eve Mein Name ist Lily Freut mich sehr Adam hat mir schon einiges über dich erzählt Du hast einen Alpha-Nate-Tiber besiegt Wenn etwas fallen liegt, so zeig es mir bitte Aber nur angucken, nicht anfassen Hier Oh, das ist ein Alpha-Kern Gib mir einen Moment Du verfolgst das Ziel, die Welt vom Nate-Tiber-Ältesten zu befreien Dem Anführer aller anderen Nate-Tibas Nun, denn ich vermute, du versuchst den Alpha-Kern als Schlüssel zu nutzen Und den Weg zum Nest zu öffnen Ist das richtig? Woher weißt du das? Unglücklicherweise kann das Nest nicht mit einem Alpha-Kern allein geöffnet werden Was? So ein Mist? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, das Nest zu erreichen? Nur wenn ihr vier Alpha-Kerne verschmilzen lasst Und somit einen Omega-Kern erschafft Einzig mit dem Omega-Kern wird es der möglich sein, auch die tiefsten Ecken des Nests zu erreichen Oh, weil noch vier, noch drei von diesen Hohenböcken, ey Dank meines persönlichen Dappen links, der bis an die Oberfläche reicht Kann ich überall und nach allem auf der Erde suchen? Alles, was ich dafür brauche, ist die richtige Menge an Energie Warte mal, bedeutet das, du kannst auch den Alpha-Nate-Tiber ausfindig machen? Genug der Vorstellungsrunde Adam, bitte setz die Hyperzelle ein Eve, hier Ja, ist ja gut Ich werde mich auch ein bisschen in den Arsch bewundern Also Outfit von der Kleinen gefällt mir Mit der fetten Hose So eine fette Mechanikerhose hat was Von den 90ern, finde ich Damals waren auch diese großen Hosen mit diesen Seitentaschen Und diese Baggy-Pants waren da sehr, ähm, in Und die Mädels haben die auch getragen, mit Bauch frei So, manche, die jetzt nicht mit Minirock rumlaufen wollten oder mit Schlabberhosen Das war noch Zeiten Eve, Lily, kommt Er muss sich ein bisschen anstrengen, wenn die kommen sollen Entschuldigung Ich versuche jetzt mal ein bisschen was Lustiges zu machen Genug gehasst Ich dachte, du sollst sie reinstecken Oh, ja, das war jetzt mal ein bisschen Ich bin 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 Und ist das er dem ist das so eine art friedhof nein die menschen befinden sich wegen mangelnder energie in einem tiefen schlaf so weiter zu machen kann nur finsternis bringen ich bin jetzt verschiedene weltaufgaben primäraufgabe die alpha kerne zu wissen die zelle die gefunden hat sind sie sicher zumindest vorerst und wir müssen mehr zellen finden ich bin froh dass ich für die menschen hier etwas tun konnte brauchen wir noch mehr zellen um jeden einzelnen einwohner aufzuwecken ja wir benötigen drei weitere überzellen wenn wir seien zurück zu alter stärke führen wollen gehen wir zurück zu rocker erzählt euch alles weitere rocker hätte nicht sagen können ich bin da mal überlegen ob ich eine neue facecam hole nur dank euch wurden die leben mehrere 10.000 menschen verlängert und mein persönlicher datenlink stabilisiert sich das sind tolle neuigkeiten heißt dass wir können die position des alphanatibas endlich bestimmt die ganze energie des ältesten wird immer noch zur erhaltung der wiege genutzt wer wer bist denn du das hier ist man ein sentinel kommandant und er dient als orcids leibwache meine fähigkeit ist so limitiert sollte man sagen deswegen ist es mir nicht möglich in neue gebiete vorzubringen doch mit hilfe weiterer überzellen werde ich zweifelsohne den alphanatibas ausfindig machen können das ist die motivation dass wir die hyperzellen nicht aus moralischen gründen sondern sonst kann er uns nicht helfen das ist der zwangt eine ruine der vergangenheit können wir darauf hoffen dass er von dort eine weitere hyperzelle mitbringt das wäre uns eine große hilfe ja wir haben wohl keine wahl ja siehste adam lilly ich verlass mich auf euch das wird nicht leicht bereitet euch gut vor ja ihr wollt geld für upgrades haben wahrscheinlich engel in seien gibt es regeln es sind meist vorübergehende maßnahmen um den verfall der stadt zu verhindern denk immer daran diese stadt schwebt in großer gefahr davon abgesehen liegt es ganz bei dir von mir aus kannst du uns gerne retten das ist das arsch von mir aus kannst du uns gerne retten gut war jetzt nicht gemein aber ein bisschen trocken hier draußen fühle ich mich doch gleich viel besser ja es kann schon ziemlich heftig werden im audienz zimmer ja dieser unheimliche typ hat nicht aufgehört mich anzustarren er sieht nicht so aus aber er ist freundlicher als du denkst ich muss mich noch um die reparatur des tetrapods kümmern bevor wir losziehen ich habe eine antriebssteuer konsole bestellt in einem laden namens sisters junk würdest du sie abholen und mich dann beim unterstück treffen du könntest dich dabei etwas in der stadt umsehen okay ich werde mir adams werkstatt ausborgen ich will unbedingt ein bisschen an der drohne basteln alles klar dann legen wir los und treffen uns später alle beim tetrapod na dann es gibt menschen auf dieser welt die eves hilfe benötigen höre ihre geschichten an und erfülle ihre aufträgen um entlohnt zu werden ich bin mal gespannt kannst du auch nach unten durch um die missionsliste zu öffnen also der aufhebe sound finde ich lustig ja habe ich vor folge weiter dieser straße wirst du rechts von dir eine treppe siehst es ist schon lange her dass ich einen engel traf was zum geier das ist eine treppe okay achso ich kann die drohne nicht benutzen ich will erstmal gucken ob ich da dem ein oder anderen noch ein bisschen helfen kann was zum geier vergib mir ich hab mich geirrt es ist alles meine schuld wenn er keinen laden besitzt und die verkauft ist alles was 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 zum geier ist das engel sind verdorben wie ich erfahren habe verfügen diese engel über datenbanken die keine einträge über xieren oder über die überlebenden auf der oberfläche führen und die und die behaupten dass der einzige zweck der kolonie sei das if protokoll erfolgreich abzuschließen das beweist dass diese engel verdorben sind und von jemand anderem als mother spare erschaffen wurden mother spares waren boten haben keine makel jaja die wiege ist einsatzbereit sie ist der sichterstes zuflucht ort anordern der der durch harte arbeit und entschlossener zum wohl aller bürger entwickelt wurde gemäß dem diskret werden die senten zuerst die älteren und menschen mit behinderung aufnehmen die senten jetzt verkünden halte ich eigentlich für quatsch warum die alten zuerst aufnehmen wenn die sowieso bald verrecken bei aller liebe ich meine es ist so ein sozialding okay verstehe ich aber um ehrlich zu sein würde ich halt eher die nehmen die die stadt halt zukunft will zukunftsversprechen also das würde ich jetzt so sehen wenn ich jetzt nachhaltig gucken würde billiard ach die guckt nur ist doch nur damit man naja gibt halt keine interaktionspunkte bei deadpool hast du wenigstens noch ein achievement bekommen wenn du dem die gummipoppe aufgepustet hast hat mir das eigentlich mal durch gespielt halt das hier ist ein sperrgebiet ich hab dich noch nie zuvor in seien gesehen weise dich aus natürlich ich bin ein landetrupp mitglied aus der kolonie du bist also ein engel was willst du hier dich nur umsehen das lied hat mich neugierig gemacht nur weil dir der prophet erlaubt hat die stadt zu betreten heißt das nicht dass du hier frei herumspazieren kannst die die nur die bequeme kolonie kennen haben natürlich keine ahnung ich will wirklich nur helfen tut mir leid ich wollte kein ärger machen wenn ja alles ok diese bar war mal voller menschen wenn du wusstest dass ich eine hyperzelle mitgebracht habe würdest du mir die tippen nutzen du penner ja auf jeden fall ich will mich nicht aufdrängen doch wenn du hilfe brauchst wir können sie vielleicht reparieren immerhin haben wir eine fähige ingenieurin des landetrupps hier was wirklich ja jetzt bin ich nicht mehr so unwillkommen aber ich kann dir nichts dafür bieten vielleicht freundlichkeit du wichser schon gut ich verlange nichts ich brauche keine belohnungen um jemanden zu retten na dann wenn das so ist hilfst du mir so frech wie du warst müsste ich nein sagen so sprich mit lilly so sprich mit lilly so jetzt muss ich noch gucken wo die lilly ist so das bedeutet nach rechts hier dann hier runter und dann wenn ich mich nicht irre hier lang ja bis zur abzweigung dann links da ich meine ich kann die auch alle abschlachten aber es wird wahrscheinlich nicht gehen wo ist jetzt die lilly wahrscheinlich hier im da kann ich nicht rein okay wo ist diese eule denn jetzt naja vielleicht sollte ich die hauptmission erstmal machen bevor ich direkt mit den nebenmissionen anfange ja zum eve protokoll verlorenen platzes aus mir heraus als sie mir von diesem plan berichtete wer um alles in der welt würde uns ein paar land würde nur ein paar landetruppen schicken um diesen plan umzusetzen wir alle wissen um den untergang der kolonie wenn mother spare die natilas loswerden will muss sie nur den mond auf die erde stürzen lassen glaubt mir dass unser tod sie davon abhalten würde ernsthaft what the fuck naja dann will ich mal mit sister stunk sprechen hm schnapps hm 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 ich hab keine ahnung wer das ist aber ich nehme alles die richtige engel ich kann es nicht fassen dass der engel hier ist gehört dir dieses geschäft? wahrscheinlich das ist richtig zumindest vorübergehend Adam schickt mich ich soll die antriebssteuer konsole abholen wie sieht's aus? hast du sie? mhm ja eine antriebssteuer konsole habe ich vorrätig was man immer so hat sehr gut mal sehen wie viel willst du denn dafür haben? oh nein 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 ich schenke sie dir oh wei 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 na gut neulich oh kannst du mal bitte ordentlich sprechen oh wei was ist das ? so kann man den Dialog auch strecken So, hier begib dich zum Unterschlupf. Schwarzes Brett. Hört sich doch ganz gut aus. Sisters Junk, also Schwestern, Schwesters, Schwesterschins Müll. Sozusagen. Das ist komisch, wie Viecher das nicht angegriffen haben hier. Ups. Es wäre fast in die Hose gegangen. Oh, Eve. Sieh dir das an. Na komm. Eine Drohne. Streck mal deinen linken Arm vor dir aus. Na los. Die Drohne ist anders. Ja. Das ist nicht mehr die Drohne, die du kanntest. Das ist eine völlig neue, aufgewertete Drohne 2.0 mit hoher Projektierreichweite. Nein. Das hier ist nicht nur ein Upgrade. Das ist eine Evolution. Oh wei. Na dann, Kleiner. Und jetzt versuch das Ziel zu treffen. Tief durchatmen. Toll. Ja, also Megaman-Kanone. Kann man mal mitnehmen. Oh ha. Oh wei, oh wei, oh wei. Alter, leck mir am Arsch. Das ist unglaublich, Lilly. Da hast du ja deine Schusswaffe. Jetzt geht's zu Diensten. Was denkst du? Tja, nicht zu fassen. Schraubst du an meiner Drohne rum? Das wird für die Mission sehr nützlich sein. Danke, Lilly. Toll. Sag Bescheid, wenn dir mal die Munition ausgeht. Fernkampf. Fernkampf. Okay. Einen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist erfolgreich, die Fähigkeit zu bringen oder erfolgreiche Fähigkeit. Ja, wird seine Schwachstelle entblößen. Fernkampfangriffe. Ich muss sagen, größere Schatten. Ja, ist mir öffnet. Schon klar. Oh wei. Ich möchte mit ins Ödland. Oder glaubst du, ich wäre nur im Weg? Das ist die große Eröffnung von Lillys zweitem Workshop. Na dann. Gut. Drohnen Upgrade. Was haben wir denn hier? Modifikationszokkel. Okay, das gefällt mir. Oh, schwierig. Halt die R2 gedrückt, nachdem wir... ...nachdem du die Blasterzelle ausgewählt hast, okay? Okay. So, langsam gefällt es mir hier. Das ist doch schön. Ah, oh, wie geil ist das denn? Finde ich ein bisschen weird, aber... Das meinen die mit Adaptive Trigger. Das war das erste Spiel, das Adaptive Trigger benutzt. Das bedeutet, wenn ich ziehe, wird der rechte Trigger richtig schwer. Hier nicht. Hier nicht. Hier ist es leicht. Aber hier... Interessant. Interessant. Ich muss dich etwas fragen. Ich habe eine Frau gefunden, die sehr schwer verletzt ist. Sie ist nicht ansprechbar und sie kann sich fast gar nicht bewegen. Die Technologie reicht hier nicht aus. Meinst du, du kannst da irgendwie behilflich sein? Nun, klar. Aber hältst du das für den richtigen Moment? Die Menschen hier haben eine schlechte Meinung von der Kolonie. Viele haben das Gefühl, sie wurden vergessen. Sie sollen spüren, dass die Mission viel bedeutender ist, als sie vermuten. Wir versuchen, die gesamte Menschheit zu retten. Ach. Logo. Typisch Eve. Ich kann es ja probieren. Aber eine volle Wiederherstellung ist nicht garantiert. Und außerdem muss ich sehr viel vorbereiten. Ich verstehe. Sag mir nur, was du brauchst. Ich schicke dir gleich eine Liste. Aber bitte vergeude nicht so viel Zeit damit. Du weißt, wir müssen eine Mission beenden. Ja, sehr gut. Ich weiß. Danke dir. So. Sprich mit Lilly abgeschlossen. Ich möchte mit ins Ödland. So langsam gefällt es mir hier. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Missionen. Sammel extreme Nalo-Elemente. WB-Pumpe. Jetzt begib dich zu den Trümmerferen.